Hallo, wir treffen Frau Fussati hier auf der ITB, reiner Zufall oder sind Sie gerne auf der ITB und öfter? Nein, ich bin jedes Jahr gerne hier, das ist einfach wunderschön, wenn man sich so inspirieren lassen kann von den ganzen wunderschönen Bildern und schon mal träumen, wo man das nächste Jahr in den Urlaub fährt oder so. Ich bin sehr gerne hier. Dann nutze ich die Gelegenheit und bedanke mich nochmal für die Einladung zum Victress Gala im vergangenen Jahr, war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, hatte auch ein bisschen was mit Reisen zu tun. Naja, also es war ja eine Dame aus Afghanistan extra angereist, die wir auch ausgezeichnet haben und bei unserer Tombola gibt es ja auch jedes Jahr eine schöne Traumreise zu gewinnen als Hauptpreis. Aha, nach die Gala, ich höre dir Trapsen, vielleicht sind Sie auch deshalb unterwegs. Na, wir lassen uns überraschen, denn es steht ja was ins Haus. Die nächste Victress, die diesjährige Victress Gala, wann findet die statt? Die nächste Victress Gala ist am 8. April in Berlin im Konzertsaal der Universität der Künste und da gibt es natürlich auch wieder eine schöne Reise. Da freuen wir uns drauf. Wollen Sie noch ein bisschen mehr verraten zu dieser Veranstaltung? Also wir haben wieder tolle, tolle Frauen, die die Jury ausgesucht hat, die wir auszeichnen werden, denen wir die große Bühne geben. Wir haben ja immer ungefähr 1000 Gäste da und die Frauen werden wir ordentlich feiern und uns von ihren Geschichten inspirieren lassen, von ihrem Werdegang und ihren Karrieren. Ja, Frau Fussati und Sie haben uns etwas mitgebracht. Hab ich? Nein, natürlich habe ich wieder zwei Tickets zu verlosen für zwei Personen für die Victress Gala am 8. April in Berlin mit allem drum und dran, Empfang am roten Teppich und Preisverleihung, Aftershow-Party und da wünsche ich den Mitmachenden viel Glück. Ich kann sagen, dass das ein toller Preis ist. Ich habe am letzten Jahr daran teilgenommen. Es war wirklich wunderschön. Freuen Sie sich also drauf, liebe Zuschauer? Was müssen Sie machen, um den Preis zu gewinnen? Denken wir uns mal schnell eine Frage aus? Vielleicht ganz einfach. Zum wievielten Mal findet die Victress Gala dieses Jahr statt? Kann man ganz einfach im Internet mal recherchieren. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie das wissen, dann schicken Sie die hoffentlich richtige Antwort an gewinnspiel.at.travelcamp.tv Toi, 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 viel Glück und vielen Dank. Vielen Dank.